So, 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 YouTube. Hallo, hallo und willkommen zu Geotastic. Ja, wir spielen Geotastic und machen dabei fünf kleine Ründchen mit unserem Preset, was ich wie immer habe. Das bedeutet fünf Runden, unendlich viel Zeit, sehr viel Grate, sehr viel Unwissenheit und sehr viele, ja, hoffentlich schöne Gegenden, die wir sehen werden. Ich bin mal gespannt und sage Start Local Game. Und wo geht's als erstes hin? Hm, ich bin mir unschlüssig. Ich sag heute mal Israel. Oh, nee. Linksverkehr. Oder er steht auf der falschen Seite. Neuseeland, Südafrika, Kanada. Okay, dann steht er nur auf der falschen Seite. Okay, Kanada. TheStorageBox.com, Moving Storage, Made Easy, One Source, Moving Solutions, Seniors Professional Families, Kanada. Sehr gut. Ich mag sehr, sehr gerne Autos von Handwerkern oder Co., weil die oft lokale Bezeichnungen drauf haben und man weiß dann schon ungefähr, wo man ist. Das ist perfekt. Woodway-Ecke, Candlewood. Also in Amerika auch und auch in Neuseeland und Kanada, nicht? Da hast du überall, genau wie in Deutschland oder so, Straßennamen. Das ist natürlich super hilfreich. In vielen Ländern hast du wirklich, wenn du Glück hast, mal ein Straßenschild sonst. Ja, wir fahren jetzt einfach hier ein bisschen entlang. Ist eigentlich im Herbst so eine hübsche Gegend, oder? Oh. Jawoll. Er hat das richtige Fahrzeug unter dem Hintern. Brumm, brumm. Was räumt er damit weg? Hm, werden wir wohl nicht erfahren. Ah, ist echt, echt eine schöne Ecke. Aber was ich an Amerika und auch Kanada, diese Holzsäune, nicht? Das ist so wie bei uns. Wir haben auch so einige Zäune und Kuh, wo ich sagen würde, boah, nee, das brauchst nicht. Und was immer clever ist, das Haus so ein, zwei Meter höher legen, nicht? Das ist gar nicht doof. Vielleicht gerade in Gegenden, wo doch mal das Wasser sich auf der Straße staut. Hier, Townhome Rental. Brie Park. Was haben wir da drüben? Alonso's Now Hiring. F.T. M.P.T. Stylus. Na, guckt mal, da könnt ihr sogar noch einen neuen Job bekommen. Oh, doch nicht mehr. Jetzt ist er leider raus. Der neue Food Drive. Drop off your non-perishable. In support of BTFD Foodbank. Ah, die nicht verderblichen Sachen hier abgeben oder sowas, nicht? Okay. Aber welches Bild ist neuer? Das? Das ist von 24. Okay, das hier ist neuer. A piece of cake walks in. Open welcome. Ne, a piece of cake. Man könnte ne ganze Geschichte daraus machen, aber wir lassen's. Und viele Sachen sind hier auch noch zu kaufen. Oder zumindest zu mieten. Und da haben wir irgendwie Ostblock. So was hätte ich zum Beispiel in Amerika und Kanada nicht erwartet. So ein ein... Einfachsloser Häuserblock, nicht wahr? Farmacy... 50 Speed Limit. Hm. In welche Richtung geht's eher raus, ist die Frage. Ich glaub, wir fahren einfach erst mal geradeaus weiter. Visit our showroom today. Usher Street for life. Haar... Haar... Cementary... Irgendwas mit... Weiß nicht. Stone und... Das klingt, als ob die mir einen Grabstein verkaufen wollen. Da verzichte ich mal. Da, die 403. Gerade noch gesehen. Da hab das versteckt. Okay, mit diesem Krönchen. Wayne Gretzky Parkway. 403. Mal gucken, ob wir die so schnell finden. Ich hätte die ja nach hier irgendwo gepackt, das Krönchen. 417. 401. Hm? 403. Okay. Das London. Ah, natürlich. Ich bin in England gelandet. Also... Das ist halt... Jedes Mal, wenn man da ranzoomt, denkt man auch so... Oh... Und das sieht auch noch so ein bisschen wie ein verformtes England aus. Einfach verrückt. Das ist genau wie Buone Vista jedes Mal in Südamerika, nicht? Auch alle 5 Meter. 403. Ähm... Tja, wo werden wir da sein auf der 403? Hamilton? Brentford? Vielleicht sind wir auch wirklich in London? Aber die 403 geht nur bis hier, nicht? Dann würde ich fast sagen, Brentford. Das sieht nicht so wässrig aus bei uns. Mohawk Park. Warte mal, wir hatten doch gerade einen Park. Wayne Gretzky. Ja, das finde ich schon mal gut. Gretzky. Wayne Gretzky. Guckt mal. Okay. Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Wenn wir jetzt noch den Parkway Drive hin. Von dem jungen Herrn. Terrence Hill. Haha. Greenwich. Henry. Adams. Roy Boulevard. West. Farview. Buckingham. Wie heißt du? King George Road. Okay, es geht ja nur zu 403. Also können wir auch ein bisschen weg davon sein. Aber unsere Straße ist ja schon ein bisschen größer. In welche Ausrichtung geht die denn? Ostwest eigentlich. Würde auch gut dazu passen. Leicht geneigt. Dass wir eine von denen hier irgendwo haben. Okay. Holborn. Dollhouse. Vielleicht fängt die Straße irgendwo mit einem anderen Namen an oder so. Das kann natürlich auch sein. Evert. Garden. Hm. Oder die ist doch kleiner als ich denke. Hier. Wayne Gretzky Parkway. Und das ist die Ausfahrt. Ah, von der Autobahn. Harveys. KFC. Ähm. Wie heißt denn die Straße gerade hier, wo wir an der Seite sind? Du. Irgendwas mit D. Nicht? Doodlies. Oder so. Dudley. Mr. Dudley. Dun. Dustin. Okay. Dustin. Gray. Elgin. Henry. Henry. Linden. Ah, hier geht's weiter. Sind wir auf der Seite. Dunson. Okay. Hier sind wir also. Dann können wir zurückgehen. Und mal gucken. Rolling Wood Crease. Sehen wir den. Rolling Wood Crease. Dun, du, 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 du. Du, 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 du. Hmm. 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 Also wir sind irgendwie an die Straße relativ schnell gekommen. Da können wir eigentlich ja nur irgendwo da oder da sein, nicht? Obwohl wir lang über eine große gefahren sind, bin ich der Meinung. Woodway. Trail. Okay. Dann waren wir schon auf der, der großen drauf. Das ist die, wir sind in der Dustin. Okay. Macht ja auch Sinn. Und in welche Richtung sind wir gefahren? Kann ich das rekonstruieren? Oh, ich glaube, wir sind in die Richtung gefahren, nicht? Nach Osten. Das heißt, hier würden wir rauskommen. Woodway Trail. Da haben wir es. So. Und wir sind jetzt Ecke. Rolling Goo. Rolling Wood. Ecke. Candlewood. 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 Rolling. Und der Woodway Trail geht hier rum. Und in die andere Richtung wären wir auch runtergekommen. Vielleicht bin ich auch so da rangegangen. Aber wo stehen wir jetzt genau? Also da geht's in die... Rolling Wood. Blablabla. Und das ist Richtung Norden. Das heißt, wir stehen hier. Will ich das nochmal gegenstecken? Das sieht gut aus. Finish. 1,12 Meter. Jawollo. Mussten wir gar nicht so viel fahren, um das herauszufinden. Das ist schon mal schön. Das ist ein guter Start, nicht? Oft haben wir es ja, dass die Startsache schon 2-3 Stunden dauert. Da können wir ja diesmal wirklich glücklich sein, dass das nicht der Fall ist. Ich muss hier noch ein bisschen was anpausen im Hintergrund. Wunderbar. Und dann mache ich Continue. Und jetzt in Runde 2. Wo geht's hin? Hm. Tja. Chile. Nee, wieder nicht. Dänemark. Ringstedt. Ringstedt. Wo ist Ringstedt? 20 Kilometern. Dann kann's eigentlich nicht so klein sein. Ist nur die Frage, ob wir in so einer Ecke sind, wo halt sonst nix ist. Dann. Esberg. Nebesong. Norre. Lösching. Nochmal Norre. Ich glaube, so finden wir es nicht. Ringstedt. Render sehe ich. Horinge. Skaggen. Friedrichsund. Nefstedt. Lolland. Naskov. Fightstar. Sonderberg. Nieberg. Nee. Hm. Wir brauchen mehr. Die 54 und die 151. Ja, vielleicht wären die hilfreich. Wir sind aber, es geht nur in Richtung 54. Muss ich aufpassen. Du, 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 du. Hm. Mal wieder jede Zahl zu sehen aus der Zoomstufe außer unsere. Müssen wir dichter herangehen. eigentlich würde ich gerne hier rumfahren Dänemark ist eigentlich immer ganz hübsch, aber in Dänemark kann man sich echt ganz gut orientieren hier ist die 55 wenn man erstmal das komische Nummerierungssystem versteht, was wahrscheinlich gar keine Logik beinhaltet kann doch nicht sein dann gucken wir mal, wo die 100er sind hier ist 160 da, 54 151 Ronnende das sieht auch hier etwa so aus und die Straße ist Tingeway wo ist der Tingeway? der hat eine Ausrichtung nach Südosten Norn, Osten, Süden so Tingeway nur dass das hier alles komplett anders verläuft das nur das Trenyeway doch, das kommt ja hin, nicht? und Ecke Ecke Sondergarde das macht mich gerade ein bisschen traurig es sieht auch eher aus, als ob wir auf einer Hauptstraße sind der Tingeway das ist noch irgendwas hä? preste gawenged warte mal, dann sind wir auf der Straße hier oder so ne, auch nicht hä? den Faxe wäre, hätte ich gern gehabt da könnte auch Privatgelände stehen, nicht? ne, ok preste gawenged haben die die Straßen umbenannt? haben die hier umgebaut? das wäre scheiße ich sehe immer nur Nesteway ähm ähm so viel zu einfach das passt vorne und hinten nicht es geht auch nur zur 151, wo wir hier sind, ne? wir sind nicht auf der 151 das ist halt wichtig und es geht zur 54 die 54 ist da die 37 steht interessanterweise nicht dran aber die 151 und die 54 treffen sich nur hier weil die hier so kurz ist ich hatte doch eher die 37 reingeschrieben hier hm brabbi 4 km können wir nochmal gegenchecken ob wir vielleicht nicht wirklich irgendwie hier sind oder so, ne? könnte auch sein, dass wir hier sind und die haben auch ein Treyewey und ein Pengyewey aber die haben eher den Mollyewey Grundprewey hm ich würde davon ausgehen dass dieser Trenyewey nicht unser Trenyewey ist oder die haben den Kreisverkehr hier neu gemacht und dann dann sind wir eher am Arsch dass sie das getrennt haben, nicht? dass hier keine Leute mehr durchfahren um das hier zu beruhigen das sieht auch nicht aus als ob das jemals eine größere Straße war und das hier sieht eher nach einer größeren Straße aus, nicht? und Sonder Sondergarde sichert auch nicht okay, es gibt eine einfache Lösung dafür ähm wir fahren einfach aus der Stadt raus dann finden wir schon heraus, wo wir sind na, ich dachte, hier geht's gleich raus jetzt fahre ich erstmal durch den Ort Campus Gymnasium Kurcenter treuste Trupp dann fahren wir halt doch ein bisschen rum, nicht? wollte ich ja auch E47 passt auch noch und das ist der Kreisverkehr, glaube ich das ist der hier das heißt, wir wären jetzt von hier gekommen hm aber wir haben doch nicht Nesteway, sondern irgendwas mit Gesteway oder Pesteway wir können ja nochmal gucken das hier gefällt mir besser äh, wo sehen wir alles? Rönnende Faxe steht nicht dran das macht mich schon stutzig die 269 Rönnende wo auch immer Rönnende ist Rottweg Kogel Nefstedt steht immerhin dran das passt, nicht? das ist das erste, was passt in die gleiche Richtung Kogel da oben passt auch das und das sollen 23 Kilometer sein ok warte mal dann können wir nicht da sein dann sind wir vielleicht eher hier dann dann schreibt man die da hin wenn das so weit Eck ist krass hallo Mr. Pronopolis ok das sieht doch schon besser aus krass der Wey haben wir hier den Sunga der Wey nö ok was haben wir denn noch Kogel Kogel Nefstedt was haben wir noch Ringstedt sehen wir Ringstedt da Ringstedt über die 269 haben wir auch könnten also auch hier drin sein gucken wir mal Usle Wey Trople Wey Reh hallöche normale Men Rad ist eingebaut und gleich noch zwei lose Schrauben gefunden die in Zukunft sehr teuer geworden werden eieiei ok auch gefährlich wahrscheinlich ja Geotastik und ich bin mal da hallo Lightrow da hast du wirklich Glück wir haben gerade erst angefangen Runde 2 Runde 1 ging recht schnell wir waren in Kanada ähm und jetzt rätseln wir gerade ein bisschen in Dänemark aber ich gucke mir auch gerade so ein bisschen die Gegend an Ringstedt Wey Drei wir fahren jetzt noch ein Stückchen weiter nicht hier schöne Kirche haben wir schon entdeckt ein Kreuzverkehr und dann auch guck mal ein schöner alter Blumenladen war bestimmt mal Friedhof oder so nicht macht natürlich Sinn hier gibt es Platz in Blomster und ich begrüße euch im Zockenende Prost Husqvarna die habe ich schon öfter mal gelesen nicht als wenn er in den anderen Städten waren Zentrum Ost ja gut wir fahren mal raus dann wissen wir in welcher Stadt wir sind komm jetzt muss doch Orteingang schick kommen hier ist doch nichts mehr ich bin glaube ich genau die längste Straße rausgefahren wäre ich von links wäre ich glaube ich gleich draußen gewesen sind wir einmal durch den Ort gegurkt Hello somebody unknown English allowed but I would say my English is not the best so I don't speak in English mostly German only so Copenhagen aber ein Orts Ausgangsschild habe ich jetzt immer noch nicht gesehen wir sind immer noch im Dorf nicht willkommen in Haslev ok Haslev macht ja auch Sinn das haben wir ja nun schon eingegrenzt von den Entfernungen wenn wir jetzt noch den Trenvei sehen dann sind wir eigentlich ganz glücklich und den Sonnegarde den Sterne Gards the Way sehe ich ja schon mal Trove Garde aber wo ist der Sonder Garde wahrscheinlich würden mich denen dafür umbringen wie ich das alles ausspreche was klingt einfach so süß und lustig die ganzen Straßennamen Fredericks Garde Passage Prove Garde Nü Garde Your language is closely related ah dann hoffe ich nicht so schwieriges deutsch zu reden warte mal hier Tresle Way aber ich sehe kein Sonnegarde ich meine wir müssen relativ im Zentrum sitzen Parkway vor allem was ist das für eine Musik der hat schon wieder auf irgendeine andere Playlist gewechselt ich hasse sowas warum macht der das ich sage nicht auf andere Playlists wechseln ich sage bleibe bitte in der Playlist Spotify was macht Spotify hey die Playlist ist zu Ende ich gebe dir mal irgendwelche Musik nein danke habe ich ausgeschaltet lass es doch einfach aber er macht das immer wieder aus dass ich sagen muss nein wechsel nicht die Playlist bitte nur diese wiederholen danke man 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 are you playing alone only alone because I'm a slow player no fast pinpointing we are enjoying the views driving around seeing everything and finding Haslev ja gut jetzt brauchte ich das nicht mehr so Tingewei suchten wir but sometimes we do quick rounds with the online mode but that's afterwards when more viewers are around Son Sondergarde den müssen wir doch finden Ting Tingewei und Sondergarde ich sage wir sind direkt an so einer scheiß Ecke und ich bin direkt in die Innenstadt reingefahren und unsere Straße geht ja eigentlich eher Südost Kopenhagen Weg ich meine vieles kann man auch einfach wirklich lesen nicht es ist wie verschobenes Deutsch hier wir waren glaube ich nicht im Zentrum wir haben es höchsten gestriffen hier würde ich auch nicht sagen dass wir waren Adalen Ladalen Lindenpagen Bogengarten aber die Straßen umbenennen das macht man ja nicht übrigens in Berlin habt ihr extra 3 gesehen nein ich habe neulich extra 3 gesehen in Berlin wurde eine Straße umbenannt aber eine nur ein Teil der Straße und jetzt leben die Leute auf der einen Hälfte in einer anderen Straße und die anderen Leute in der alten aber das wäre ja nicht alles die einen wurden gar nicht informiert die anderen sowieso nicht die Straßenschilder wurden aber einfach ausgetauscht so dass die Pakete irgendwie nicht mehr bei den Leuten richtig ankamen äh weil die alles falsch eingegeben haben natürlich weil sie ja nicht wussten dass sie in der neuen Straße wohnen aber alle anderen waren schon informiert wie Ärzte und haben ihnen teilweise gesagt sie nehmen keine neuen Patienten auf weil sie ja umgezogen seien äh obwohl sie schon immer da gewohnt haben nur weil die Straße umbenannt wurde und alles in allem die andere Seite der Straße kriegt alles neue Hausnummern so dass quasi auch jeder einmal umgezogen ist nur um irgendwie für weiß ich nicht was äh die Straße umzubenennen also auf so ne Ideen kann kann auch nur ein Politiker kommen anstatt neue Straßen mit Wohnungen zu bauen und die dann so zu benennen dass das für einen Verwaltungsaufwand für nix gebracht hat außer für das gute Gefühl von irgendjemandem der seit 350 Jahren tot ist wow ich find's nicht ich find's nicht hier Sondergarde jetzt hab ich's gefunden und da ist Tingeway oh der ist ganz klein aber hier ist er groß ah deswegen ist das Tingeway und Tingeway und hier ist Prestivgarden oh dann stehen wir aber echt an einer beschissenen Ecke boah ist das gemein okay wo stehen wir denn genau das hier ist der Sondergarde vor dem stehen wir dann würde ich sagen sind wir eher da so Finish 1 Meter 13 0,01 Meter mehr als eben damit haben wir Runde 2 abgeschlossen und das geht in Runde 3 und mal gucken ich sag jetzt Philippinen komm mal was langes oh was afrikanisches kein Follow Car also nicht Nigeria wir gucken mal wahrscheinlich Ghana oder so Leadership Academy Kimana Studies aber man kann nicht genau davor stehen bleiben da würde wahrscheinlich irgendwas stehen kann ich nicht erkennen Flagge oder so haben die hier auch nicht Kilimanjaro Kilimanjaro ist Tansania Richtung nicht dann sind wir doch in Kenia oder ist doch hier Kilimanjaro irgendwo bin mir da ganz unsicher aber ist auf jeden Fall ein Hospital vor dem wir stehen das werden wir später finden das ist gut hier werden Umbenennung von Straßen extra Familien das werden Plätze oder Brücken benannt da ihr keine Hausnummern haben damit niemand seine Adresse ändern muss ja wir sind ja nicht in Berlin Safaricom ok wir sind auf jeden Fall Kenia das ist mal gut Safaricom Kenia hier kommen wir echt nicht voran Safaricom ist ein Telefonie Anbieter für Internet in Afrika was man nämlich selten weiß Afrika hat schon Bezahlsysteme mit Handy gehabt bevor wir sie lange haben also du kannst zu diesem Stand gehen der sagt dir seine Telefonnummer dann schickst du ihm eine SMS dann kriegt er 1,99 über seinen Telefonanbieter und du kannst dafür einkaufen die haben an vielen Stellen gar kein Bargeld mehr in Afrika weil es einfach auch weder von den Regierungen in der Menge ausgegeben wird noch großartig Bankensysteme gibt die hatten Pay per SMS schon weit vor uns und wir hadern hier noch rum ob wir mit Bankkarte zahlen können also man muss sagen Afrika ist in Kenia sind wir an der Landesgrenze sieht so aus oder dann können wir eigentlich nur da irgendwo sein Mont Elgon weil die einzige Grenze die es in Geotestik gibt es eigentlich die hier Äthiopien ist glaube ich nicht drin Somalia nicht und Tansania nicht ok wir fahren mal ein Stück weiter hallo Manico it's a local game I'm only playing local heute ist echt viel los auch international alle flüchten vor Fußball ich bin schon gespannt nachher wenn es losgeht wie wenig Leute dann noch überall sein werden aber wir genießen den Abend ohne Fußball schickes Hotel ok ich weiß da steht schicks Hotel aber schickes Hotel passt auch irgendwie außer dass es kein schickes Hotel ist Geschmackssache ok interessante Hütten wir brauchen irgendeine Straßennummer oder sowas aber die stehen in Kenia nicht so oft dran wie man das gern hätte geschorene Schafe ok die kommen bestimmt über die Kategorie Geotastic ja ist ja auch vollkommen ok aber ich bin halt nicht so ich muss auf Arbeit inzwischen schon ständig Englisch reden da will ich es nicht auch noch privat machen müssen ich finde auch so gemischte Streams nicht ok es gibt genug englischsprachige Spieler oder auch gemischsprachige da ist man glaube ich dann auch besser beraten als wenn ich mich mit meinem Englisch abkrebel hier ist nochmal Shikos Hotel ok da hat ja Shiko hat sich richtig gemacht erstmal eine Bretterbude und jetzt hier Shiko hey klasse ja so kann man auch was aus sich machen macht auch was aus euch was steht vorne am Bus oh da war ein Bus meistens steht da nix was du lesen kannst leider aber wir können es nochmal probieren weil es ein Schulbus Winners Winners Schoolbus Emergency Exit ja ok war ein Versuch wert ich hab es glaube ich auch gelesen und bin weitergefahren Kanas aber selbst mit dem Fahrziel das könnte in Kenia ja 800 Kilometer entfernt liegen das hilft nicht viel aber was man oft sagen muss die Straßen in Afrika sind deutlich im besseren Zustand teilweise als europäische und auch viel besser gebaut wahrscheinlich weil europäische Firmen in Afrika mehr Geld für die Baumaßnahmen kriegen und die auch wesentlich einfacher durchzusetzen sind weil es nicht 1050 Milliarden Bestimmungen gibt ich hab neulich auch so wenn Wohnungsbau Lego wäre was gesehen und da war dann so ein kleines Mädchen was Lego bauen wollte und dann so nein 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 du darfst nicht einfach bauen du musst erst die Bauvorschriften lesen und dann kam irgendwie Kimana äh 500 Millionen Bauvorschriften und dann kamen irgendwie 1000 kleine Lego Männchen Prüfer die das ganze Gebäude was sie gebaut haben geprüft haben es wieder abgerissen haben nein 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 so darfst du nicht bauen und sie war immer total enttäuscht ja und dann war sie fertig alle Baumaßnahmen waren erfüllt und dann kam die Feuerwehr und hat das alles wieder abgerissen nein 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 das ist nicht sicher genug äh naja leider ist es in echt kein Witz nicht aber so kriegt man halt den Wohnungsnotstand nie geregelt wenn man da nicht irgendwie ja die die Sachen vereinheitlicht und vereinfacht die haben sogar an der Seite Radwege und Laufwege genau dass die Leute ins nächste Dorf laufen können bei uns bist du wirklich wenn du kein Auto hast und in deinem Dorf wohnst und zum nächsten Dorf willst musst du dein Leben riskieren wenn du Glück hast gibt es irgendwo ein Feld oder Seiten Weg um dahin zu kommen aber im Großen und Ganzen bist du einfach aufgeschmissen und dann musst du halt auf einer Bundesstraße laufen als Fußgänger um rüber zu kommen es ist einfach oder läufst 30 Kilometer um Kreis ist ja einfach mal als Fußgänger das Auto braucht einen Kilometer aber du musst 30 dann laufen weil nicht irgendwie 5 Meter mehr Beton rechts und links möglich war oder einen halben Meter reicht ja schon ok aber das hier ist schon größer das könnten wir auf der Karte eventuell finden steht ne wir wissen ja wo wir sind wir wissen nur nicht in welcher Region das steht nicht am Bus dran das wird wenn an irgendwas hier sowas dran stehen aber die Sachen sind zu weit weg ich muss es halt direkt an der Straße haben wenn wir in so einer Kreuzung einbiegen oder so da kann man das dann lesen wenn da steht County of bla 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 oder Schild muss groß genug sein nicht so eine Bauschilder stehen auch oft rum ich sehe Murupe das ist das einzige was ich lesen kann Project hier steht genau drauf wo wir sind aber man kann es nicht lesen da sind die philippinen und Kenia eigentlich recht stark oder auch Südafrika mit solchen Schildern wo genau steht wo man ist for sale hm aber ganz ehrlich vielleicht sollte man wirklich in Afrika investieren Kimana ok ich guck nochmal ob wir Kimana irgendwo sehen also hier ist zum Beispiel sehr viel mit K Kizumi Kendo und an sich müssten wir irgendwie im Grenzland sein wenn überall dran steht dass man schon in Kenia ist Kimili Kimini Kiguni Kitale Kaminari und der Kilimanjaro müsste eigentlich in der Nähe sein ich weiß gar nicht wo der ist hier ist Mount Kenia Mount Suswa ich meine wir können ja mal die Berge einblenden lassen so viele wird es ja nicht geben der Kilimister Kotalbek der hat hier gar keinen Namen ist Kilimanjaro nicht der höchste Berg Afrikas oder so Kilimanjaro da müssen wir hier sein Kirimana da sind wir dann starten wir irgendwo hier und wir stehen ja direkt vorm Hospital ich wollte das sagen der ist eigentlich in Tansania nicht aber das weil wir in Kenia sind wäre das natürlich irgendwie komisch wo ist jetzt das Hospital hier wenn auf einer anderen Straße können wir nicht stehen wir sind hier reingefahren nicht hier sind wir gerade drin hier ist ein Health Center Ressort Center weil eine Tankstelle hatten wir auch nicht bei uns eine abgehende Straße hatten wir auch nicht jetzt können wir zum Startpunkt also Straße verläuft wir sind nach Süden gefahren ah guck mal an hab ich schon wieder vergeigt dann sind wir hier oben und da ist das Hospital jetzt ist nur die Frage auf welcher Höhe die Ein- und Ausfahrt ist vielleicht ist es das hier ich mein schwierig ich ich würde fast sagen wir stehen da eigentlich aber wir sind dicht an der Kurve dran nicht wir stehen wirklich hier vielleicht ein Stück nach da nach hinten ist gerade okay das passt wo sagt ihr eher mehr nach Norden oder eher mehr nach Süden auf dem Punkt kannst du an der Seite rein fangen gute Idee wir probieren es mal glaube aber nicht weil es Privatgelände ist sieht nicht so aus ne ah weil du denkst da müsste ich reinfahren können ah ja warte gute Idee weil sonst wäre es ja nicht eingezeichnet stimmt obwohl er fährt auch nicht die fahren nicht in jede Straße rein und hier sind wir auf jeden Fall schon in der Kurve naja aber hier gibt es kein links rechts nicht ich meine hier sieht man ja auch einen Weg und hier ist ja auch ein Parallel Weg der auch irgendwie nicht eingezeichnet ist hm die Frage ist ist es das hier oder ist es das hier also da da das Krankenhaus ist und wir das Schild vom Krankenhaus sehen das ist das Krankenhaus und das beginnt hier und da ist aber die Einfahrt ich würde sagen das ist die andere Straße da mit dem Shop hier ist auch eine Schule drin gewesen das hier dürfte die Schule sein und das hier dürfte die Straße sein die reingeht da da fährt auch einer die Läden sind leider nicht eingezeichnet das ist eine schwierige Stelle vielleicht ist auch das hier die Straße die reingeht ja das sieht eher nach der aus dahinter da das ist die hier definitiv jetzt das andere dahinter uns dahinten das da ich kann nicht sagen wo auf der Straße ich weiß nur auf der Straße wenn ich dem Typen da sein Fahrrad sehe schon Wahnsinn in anderen Ländern muss es nur rollen und hier in Europa gibt es 5000 E-Bikes und sowas tja nördlicher oder südlicher wir können mal eine sache machen eins zwei drei vier vier bis hierhin würde ich sagen eins zwei drei vier vier fünf nach da ich würde fast sagen wir sind eher dann da kannst den Einstand zählen ja aber nur vier zu vier komm fünf und die sind auch nicht sehr genau eingezeichnet würde ich sagen man sieht leider die Einfahrt auf der Seite nicht Metamäßig kann ich leider nicht zählen höchsten anhand der Dinger das sind zwei 1,7 Strommasten und das sind 1,8 Strommasten neun Strommasten sind das einzige was hoffentlich in etwa im gleichen Abstand steht also die Straße beginnt ja irgendwo hier nicht und geht hier rein also 1 bis hier dann würde ich sagen 3 Viertel rum also 1,3 Viertel und hier ist es da geht sie rein ist 1 1 Viertel aber da ist auch noch ein Stück also 1,5 zu 1,3 Viertel Strommasten der Eingang ist nicht eingezeichnet die Parallelstraße ist nicht eingezeichnet oder Fußweg die Straße oder Fußweg ist nicht eingezeichnet und die Seitenstraße ist leider nicht eingezeichnet seid ihr mit dem Standort zufrieden meint ihr das könnte was werden ich sag also 100 Meter plus minus haben wir eigentlich das heißt es könnte klappen komisch dass es nicht das gewohnte Pattern erfüllt und an einer Kreuzung landet naja ist ja aber sie ist nicht eingezeichnet jo zufrieden dann loggen wir mal ein in 3 2 1 aaaah ein Punkt verloren okay so dicht hätte ich uns nicht dran gesehen dann ist das nicht die Straße hier dann spinnen die Abstände und die Straßen sind nicht eingezeichnet ja das ist halt kacke was soll man machen vor allem dann ist auch das Krankenhaus nicht richtig eingezeichnet aber klar das Gelände ist halt nicht eingezeichnet das steht in der Mitte weißt wenn das hier das Krankenhaus ist und hier die Schule hast du zwei Punkte halt aber ich habe mich nicht so dicht an der Kurve gesehen weil das hier ist ja schon in der Kurve eigentlich und ich fand nicht dass ich in der Kurve bin und die Straße war gefühlt viel weiter weg oder es war wirklich die Einfahrt dann ist die andere Straße nicht drin ja guck die andere Straße ist nicht drin die hier reingeht dann ist das die Krankenhaus Einfahrt und die Straße fehlt komplett wie bald sind wir nach Süden gefahren ja gut bis in die Stadt rein nicht das war klar da sind wir einmal durch das hatten wir ja gesehen aber das ist natürlich doof das hier ist die Einfahrt und die beiden Straßen sind nicht drin ich habe mich dahing gestellt wo ich maximal zurück gefahren bin ne ne wir waren von der Grenze noch weg aber die schreiben hier schon überall Kenia dran wahrscheinlich weil nicht sonst die Leute wissen wo das wirklich anfängt so dass man es immer sehen kann also das habe ich hier hinten noch nicht gesehen dass so auf Kenia dran steht deswegen war mir auf jeden Fall klar dass ich irgendwo in der Nähe der Grenze sein muss und Kliemann Scharo okay ich wusste jetzt nicht dass er genau an der Grenze liegt das ist natürlich dann praktisch gut dass man den Bergmodus umschalten kann man 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 okay naja ein Punkt verloren ärgerlich aber weiter geht's in Runde 4 und es geht nach ähm ähm sie korea deutschland sieht nach so einer deutschen bank aus oder der med war schuld der med war schuld deine blablabla ja wir sind in deutschland oder oder österreich oder so okay oder auch nicht vielleicht steht da auch irgendwas anderes oder ist das der bodensee okay krasse ansicht auf jeden fall schweiz österreich türkei ah ist eher ne türkei flagge was ah was für ein für ein ausblick wenn man um die kurve fährt italien auch gut ne rollertour könnte man hier machen hab ich gehört am besten mit e-scooter oh apropos e-scooter tour ich weiß nicht wer die noch geguckt hat heute gab's ja nochmal einen echt haarigen unfall also schweiz boah sag ich euch da da wurde es mir kurz anders also ohne helm hätten wir äh oder ohne helm hätten wir zwei tote und in deutschland gibt's keine helmpflicht finde ich eigentlich un äh zu also weißt du man braucht kennzeichen in deutschland aber keine helmpflicht das ist ähm fahrlässig eigentlich von der regierung rüde grange chemien nev ok kann ja nur einer der seen sein den wir hier sehen ok wir haben leider sehr viele große seen neunburger see bieler see der see hat auf jeden fall hier sind das inseln oder sind das die wolken das sind die wolken die sich spiegeln nur äh wir fahren mal runter da wird ja irgendwo stehen ähm welcher see das ist der ist auf jeden fall nördlich von uns im französischen ist das perfekt also zwei von zehn oder so das reicht neuf de neuf mais je suis par français un petit peu tout le tète mais tu es un perroquet zets only words ja c'est le äh ich weiß gar nicht was wort heißt ja c'est le lettres je veux parler avec tu tu les grandes les grandes hm also wir müssen ja auch eher auf der französischen Hälfte sein also wahrscheinlich eher einer hier vielleicht der thünnersee bei spitz und wir sind hier irgendwo im Hain beim Wald ok das klingt eher deutsch ne wir sind eher auf der französischen Seite der see ist nördlich dann können wir eigentlich eher nur hier sein oder rüte lüli das klingt schon besser ok ja ich kann hier nur nicht weiterfahren wow das heißt in richtung see können wir nicht weiterfahren wir können nur hochfahren und gucken ob es da weiter geht mais je suis pas les français eh vierwaldstättersee sagst du wo ist der ist das der hier lac de jus also ich würde nicht sagen ich weiß gar nicht wo der see ist den du meinst also bodensee wird es nicht sein turnersee also es muss ein see auf der der Hälfte hier sein und da wir nördlich davon sind und in der schweiz sind können wir entweder hier bei dem sein dass wir jetzt hier drin hängen dann haben wir aber echt ein problem wir könnten also zum beispiel hier stehen oder halt hier irgendwo mittendrin wenn wir auf die 1 kommen hier wäre es natürlich perfekt gempfersee gempfersee hmmm passt halt von der richtung nicht außer wir sind hier das könnte natürlich sein aber ich glaube hier ist sehr wenig ähm bergig wir sind ja auf einem sehr hohen berg das würde auch hier nicht passen eigentlich können wir dann ja nur hier unten sein doch bei spitz oder hier bei dem hier aber hier ist wieder alles deutsch nicht blatten schlupf das passt wieder nicht zu dem was dran stand vielleicht hier bei murtensee also ich fand den see schon recht groß ich meine vielleicht sind wir auch in frankreich nicht kann natürlich sein dass das so ne scheiße ist das würde echt am besten passen dass wir jetzt hier irgendwo mittendrin sind vielleicht hier irgendwie oder hier naja wir fahren mal wir finden's raus zeig mal bitte die verkehrsschilder äh wenn wir wieder gleich welche sehen ich werd wahrscheinlich eh gleich zurück müssen ok er ist auf jeden fall hoch ja muss da am gempfersee sein nicht die anderen stellen haben nicht so ne höhen um die seen wir fahren ja hier gerade richtig terpentine serpentine oder wie das heißt hoch wir fahren terpentine hoch mhm das schmeckt gesund ein guter schluck terpentine am morgen vertreibt serpentine und sorgen vielleicht finden wir auch gleich noch irgendeinen hübschen namen vielleicht steht auch gleich d20 oder sowas dran departement rü 20 oder so das wäre auch hilfreich ah da haben wir auch autos le gage ja ok also ich gehe mal davon aus ok es sind noch alte kennzeichen von wann ist denn die aufnahme 2024 ja ok schweiz muss die schweiz sein frankreich hätte ähm sonst eu kennzeichen warte äh und wir sind die sonne steht im wo steht denn die sonne im süden also sind wir in der nordhalbkugel ok das sind keine französischen schilder ja ja ist klar sonst hätten hier das blau man muss nur aufpassen das blau kann auch manchmal in der türkei in manchen regionen benutzt werden ah scheiße wir fahren hier echt durchs nirgendwo ich meine es ist ein schöner waldweg würde ich gerne mit dem rad langfahren würde ich schätzen der kleine schweizer zipfer auf der südseite vom ähm gempfersee könnte sein straßenschilder meintest du achso ja da steht rüde bla 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 dran sofern wir welche haben ich meine hier steht ja auch ah ich glaube hier können wir endlich mal was lesen chame de mont haute carreau bordier exploratione arigicole et silvicole keine ahnung murist tour de saint martin haute canot wenn jemand weiß wo der haute canot liegt dann haben wir es also hier ist zu flach also das kann es einfach nicht sein wir sind auf 636 metern können hier noch irgendwo sein nicht hier ist ein Übergang hier an dem zipfel meintest du nicht lelumel plansch agonow gobiere laisin naier hm darf man bei dem spiel zumindest sagen welches land es ist ja schweiz also du kannst gerne mitraten du weißt es ja unter umständen nicht außer du weißt es dann nicht vorsagen aber mitraten darfst du die nummernschilder aber die sind doch geblurrt es ist kein europäisches land es ist die schweiz was soll es sonst sein kann ja nur die schweiz sein weil eben waren autos wo drauf stand wir kommen in der schweiz und an dem einen haus stand auch schweiz dran und die eine flagge war rot mit einem kreuz drauf es geht um die größe der nummernschilder ja aber trotzdem alle europäischen kennzeichen wären blau vorne also das ist ja genormt also können wir nur in ländern sein die nicht in Europa liegen das könnte also höchst nur lichtenstein sein und lichtenstein hat nicht so einen großen see und sprechen weiß ich nicht auch nicht französisch ich wüsste auch nicht wer sonst noch französisch redet Andorra ist es auch nicht das würde ich erkennen da sind wir auch schon durchgefahren auf dem weißen teil des wegweises steht der ort des wegweises glaube ich und die höhe ja ja hut kanon 636 meter deswegen wenn wir das finden deswegen habe ich immer die berge eingeschaltet weil ich dachte vielleicht heißt das höhe kanon aber ich weiß auch nicht wo kanon ist ja und das muss ja im französischen teil trotzdem sein hier vorn was anderes bleibt ja gar nicht übrig na gut wir fahren mal richtig weiter bis wir einen richtigen hinweis finden da fahren wir wieder runter da kann ich auch gar nicht lang doch kann ich warte dann mache ich hier den fahren wir erstmal nach Westen eine Sackgasse Fahrradweg aber da steht hoffentlich ein Dorfname dran äh Le Granges ok Cheries Granges Roch de la Baum gut wo liegt Granges wahrscheinlich ist Granges halt wirklich so ein Pupsding irgendwo Erlach ich meine der See liegt nördlich das ist echt problematisch und wir sind auf dem Berg ich meine vielleicht kannst du dein Auto in der Schweiz anmelden und in Frankreich leben eigentlich nicht nicht du brauchst einen Wohnsitz dann da es ist Japan echt habe ich nicht gesehen ja siehste siehste aber es kann ja kein europäisches Land sonst sein also es kann ja nur die Schweiz sein guck da ist auch wieder eine Schweizer Flagge zum Beispiel Optical hätte also das hätte mich jetzt gewundert wenn wir wirklich woanders wären ich habe da noch gewitzelt ist das die türkische Flagge das sind immer nur Radwege okay Granges wenn wir runter zum See gekommen wären wir halt cooler gewesen dann hätten wir gewusst welcher See das ist dann hätten wir es eingrenzen können und dann hätten wir es sofort gehabt Villasca Postale Amisuele ah guck mal ah fuck keine Karte Arisulis okay aber Arisulis müsste ja dann dieser Kreis hier sein und das ist Valis Freiburg ich meine so viele französische Dinge gibt es hier nicht Neuenburg das andere ist schon fast als Deutsch oder was haben wir hier Jura Bern gut aber kann auch wieder so eine kleine Lokalregion sein nicht was halt auch nicht vielleicht sind wir auch hier hinten und hier sprechen sie auch noch irgendwo französisch oder so nicht und hier gibt es auch Seen aber der See sah halt muss ich schon sagen groß aus also hätte ich jetzt nicht einen von diesen kleineren Seen hier im Blick Isildwald der hat die falsche Ausrichtung eigentlich passt ja da unten schon sehr sehr gut nicht wahr Hote will warte mal aber Hote Hote stand doch dran oder wenn hier jetzt noch Ganges oder sowas kommt Mola Zernet Rüte Gouyejo man muss sagen man muss sagen in Frankreich und Gebieten die französisch sprechen sind das immer echt beknackt nicht wahr es kann ja auch sein das kann ja auch sein dass die sich da unten zum Beispiel französisch schreiben aber google das auf deutsch ausprintet nicht also dass die zweisprachig sind hier in diesen Ecken und wenn hier irgendwie weiß ich nicht Teufeln steht dann heißt das vielleicht aber Gangeln auf französisch oder sowas Jowonant Rowrei aber da dürfte es doch wieder zum See runter gehen oder vielleicht versuchen was da drüber nochmal Jowonant Luzenz Luzenz Luzern Hallo Blue Screen Hallo Gregor Ja so fühle ich mich gerade Willkommen im Z-Z-Zockenende Prost Wir suchen immer noch Gangeln in der Schweiz im französisch sprechenden Teil so die Hoffnung und wenn wir ganz viel Glück haben kommen wir hier zum See und haben keine Blockade wir können ja nochmal gucken also der See ist schon der ist schon groß nicht und der geht von West Südwest nach ja da sehe ich jetzt nicht geht echt weit nach Nordost also so verläuft der schon und der ist schon sehr gebogen nicht also eher so einer vielleicht ist es hier irgendwo aber das ist ja italienisch nicht das würde keinen Sinn machen dass die die hier französisch sprechen eigentlich kann es wirklich nur der sein so vom Gefühl her nicht so vom dem was man sieht vom See obwohl er da echt schmal wird an der einen Stelle aber es könnte genau das Ding hier sein hier gibt es auch so viele Orte und bei uns ist echt nicht so viel bebaut Champagnes ich meine vielleicht ist ein Schweizer bei den gerade zu Besuch gewesen das kann ja auch sein dass man so falsche Eindrücke kriegt und hier gibt es halt keine Straßen oder wir sind genau auf der Grenze irgend so eine Scheiße wird das am Ende sein Corbrier habe ich nicht gelesen aber Ivorne Ivorne stand doch eben auf dem einem Schild dann sind wir doch hier ja ja das passt schon aber wo ist denn Krangeln warum steht denn das hier nicht und warum steht der Bergname nicht hier Laisin ja ja wir sind hier aber was haben wir denn für eine komische View ich meine wir sehen den See im Nordwesten Nord-Osten-Süd-Westen schon verrückt hmm schon mal beim neuen Bürgersee bei Bern ja da habe ich schon geguckt aber da sind halt keine Berge nicht das ist das Problem gewesen also da müssten wir jetzt hier drauf sein dann müsste ich ja auf der Seite auch einen See haben deswegen hatte ich ja gehofft dass wir dann zur Eins kommen und dann hätten wir es gesehen und hier ist alles deutschsprachig das ist das Problem warum ich hier nicht mehr hin möchte und das dieses Leisinn und dieses Ivorne stand glaube ich eben auf dem Schild drauf ok wir fahren weiter das bleibt spannend das sind doch Hügel wir sind auf 600 Metern Höhe hier also zumindest laut Schild gut die Frage ist wie hoch liegt der See wenn der See 500 Meter hoch liegt sind wir 100 Meter hoch klar nicht wahr das ist dann die so Arisulis ok aber Arisulis es gibt es auch Sase Cobringer Merdazon Merdazon Gräse Lavais Lavantes kann ich bitte nächstes mal in den Philippinen landen das ist einfacher roche aber das Ivornes haben wir doch definitiv auf dem Steg gehabt verrückt wir fahren runter Neuenburger See 429 Meter siehste solche Sachen nämlich also Höhenangaben helfen hier glaube ich wirklich wenig weil das Land einfach generell höher liegt nicht hey wir haben einen 10.000 Meter hohen Berg aber das ganze Land liegt im Durchschnitt bei 9800 Metern also ist das ein 200 Meter Hügel kann man wieder nicht lesen warte irgendwas mit Y Y Yvonant war das nicht Yvorne ah aber ich dachte dann ist das eine Läusin und Yvonant das erklärt warum wir auch den Rest nicht sehen also allein vom raufgucken auf den See müssten wir hier stehen also eigentlich hier und das ich würde sagen wir sehen das und die Ecke aber dann wären wir in Frankreich und das passt halt nicht hier sind auch sehr viele Orte und keiner passt vom Namen her hier ist wieder ein Hood vielleicht ist es auch echt nur aber so ein kleiner See wird das nicht sein und der ist halt guck mal wie weit der noch geht das kann eigentlich nur der der Gämpfer See sein oder der ist riesig der See also auch von der Biegung her ist es der einzige der irgendwie passen könnte die anderen verlaufen auch alle anders ok wir müssen weiter runter wir folgen einfach der Hauptstraße ich war heute im Radladen und habe eine 12er Kassette gesehen die ist so groß da kann man ja eine kleine Pizza drauf backen wenn du schnell genug bremst den berg runter dann bestimmt wir finden nichts mehr war da eben Shay Ries habe ich jetzt nicht gesehen Yvonant war da Genfer sehen nur 377 72 Meter ich meine wir fahren hier schon ordentlich runter nicht ich meine wir fahren quasi mit einem Klick in der Haushöhe teilweise runter also wir sind de Joux de Ville Bugnon ja aber unten irgendwo muss doch der Seename hier stehen dann warte warte da weiße Schilder da können wir wieder gucken Roffrey und Lutzens Roffrey und Lutzens passt nicht oder Roffrey 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 Wuffrey wir müssen irgendwo anders sein Ivanant hier sind wir ist doch der See krass okay wie komisch anders der aussieht Neuenburger See hast du das recht gehabt Roffrey da ist es und da ist Arisulis und wo ist jetzt dieses genannt wo wir gestartet sind Granges da hier ist Granges und dann stehen wir irgendwo auf dieser Straße hier wahrscheinlich vor der ersten Kurve oder so standen wir ne wir standen in der Kurve die Kurve geht Nordosten Nordwesten Nordosten Nordwesten dann stehen wir wahrscheinlich da oder da eine Kurve und dann sind wir in irgendein Ort ja es passt eine Kurve und dann sind wir im Ort Schiff Neuf da stand hier da stand auch Schweiz nämlich am Anfang hm das ist die Kurve hier das Ding ja es passt dann kommen wir da rein dann macht die Straße noch ne und jetzt macht die Straße noch mal eine harte Kurve das ist das hier dann stehen wir hier das hier ist dieses kleine Ding und das ist jetzt hier Schemde Kut wenn wir das hier haben Chemine Neuf ja ja Chemine Neuf Chemain und Ruth de Granges ok dann stehen wir da wir stehen am oberen Ende der Serpentinen Dingens Bango 4,98m boah war das ein Krampf und nur weil wir hier nicht weiterfahren konnten nicht wäre ich hier raufgefahren hätte ich sofort wahrscheinlich gefunden weil wir mussten jetzt bis hier hinten hinfahren um wieder eine Information zu kriegen ich meine sowas wie Arisulis ja was willst du denn da finden Yvonant ok hat uns dann geholfen weil das war zu sehen nicht auch das Rob Ray war nicht zu sehen man 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 heftig ok und damit geht es in die Runde Nummer 5 oh sieht interessant aus Toys Autos Spa Plus ok wir können es erstmal lesen das ist gut wir starten genau auf einer Schiene Tilson auch sehr gut Husqvarna warte mal Husqvarna das hatten wir doch gestern erst Husqvarna ähm wo war denn Husqvarna wo waren wir denn da also gestern letzte Woche war das ja schon Husqvarna äh Kanada ah schon wieder erste Runde und letzte Runde in Kanada ist ja auch langweilig na gut dann suchen wir einfach welche Straße Kreuz welche Route und dann ist gut Husqvarna ist kanadisch aha aha darf man hier mitraten wenn man nicht googelt ja Dr. Henry das kannst du sehr gerne machen das macht äh Lightrow auch hab ich auf der Watchlist die Firma kennt man äh warum kennt man die also achso wegen investieren ok Gregor ist schon wieder am optimieren ist halt weltweit aktiv ah ok dann hab ich's neulich doch vielleicht woanders gesehen gut dass dann daneben Kanada irgendwo stand gerade aber ok USA ist auch noch im Spiel nicht wir können wieder in so einer Grenzstätte sein also Lightrow noch nicht komplett ausschließen Räub Folstery and Refinishing was Refinishing ok oh hier oh da krieg ich richtig Hunger mhm ähm ich würd sagen die hier ist besser oh die haben sogar Bike Lanes die ist größer oder haben wir da einen Stadtnamen Danbruck Automotive ich glaub ich aber auch nur der Name der Firma Husqvarna war schwedisch äh das war's ich mein wir stehen direkt auf ner Schiene ne das ist schon mal die halbe Miete durch die Marke Gardena in Deutschland bekannt aha aha ok jetzt haben wir's oder also dass es Kanada ist ist jetzt bestätigt ok und irgendwelche Wahlen stehen an dann fahren wir einfach mal aus der Stadt raus oder dann sollten wir was finden das Gute ist in äh USA und ähm Kanada einfach in eine Richtung fahren abbiegen ist meist eine schlechte Idee wir fahren jetzt einfach auf der einen großen Straße wir werden schon irgendwo ankommen äh 20 kmh bitte langsamer fahren achtet auf die Kinder links und rechts sieht schon außer also so so von den Bäumen und so nicht sieht's auch alles schon wie der europäische Landstrich aus so von der Höhe her nix besonderes an Vegetation links und rechts irgendwo bei Detroit Grenzgebiet klingt auf jeden Fall plausibel andere Meinungen wo könnte das sein gerne raus damit und wenn ihr irgendwas nochmal sehen wollt ihr könnt auch sagen nochmal zurück oder so nicht wenn ihr irgendwas seht was ich übersehe aber meistens helfen die Hinweise weil man sie am Rand nicht lesen kann eh nicht also sowas hier manche können damit sofort wissen wo man ist die haben alle Nummern im Kopf gibt's solche Craziness jetzt 40 okay ich fahr schneller sorry aber man landet aber man landet oft im Grenzgebiet ähm zumindest die letzten Male ich weiß gar nicht wo war ich denn eben eben war ich ja stimmt nee nee eben war ich auch schon also die erste Runde war in Kanada da waren wir bei London ja es gibt London in Kanada deswegen weiß ich nicht ob er da nochmal uns hinsetzen würde in die Ecke 50 wir können immer schneller fahren man ich hab mir glaube ich die falsche Richtung ausgesucht hier kommt einfach nix ich dachte so ne schöne Route 66 äh irgendwas oder ein Stadtname und jetzt ist Ende im Gelände okay wartet jetzt sind wir auch schon so weit weg das bringt gar nix mehr mh auch Grenzgebiet zu den A Flachland so Winnipeg die Ecke vielleicht Winnipeg ja auch man ist sehr oft in Manitoba ich war sehr oft in Squatchkin auch hier unten aber da war eher mehr Feld nicht also ich war einmal hier irgendwo warte mal wo war das äh bo rong hier in dem Ding auf irgendeiner Straße hier stand ich hier hab ich glaube ich gestartet oder so das war ein Scheiß und du konntest hier nicht weiterfahren und dann musstest du hier drüber finden und dann find mal Westpupula oder sowas und wartet Hardware Building Center Drives Through manchmal steht hier dran äh Abteilung bla 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 oder so Cleaners Laundromart Shawarma Street Shopping Center Tilson Avenue Laundromart klingt ja auch richtig geil Treatwood Foxblock hmm das Problem ist man kann halt nicht an jedem Schild anhalten und versuchen das zu lesen es lohnt sich halt auch einfach nicht Sunday School Annandale Annandale die Frage ist ist es denn noch in Annandale gibt es ein Annandale Assini Nobar Winnipeg sehen wir hast du ein Annandale Sant'Aan das haben wir hier unten London ja es wird zu klein sein oder irgendwo ganz anders liegen was auch sein kann dass wir auf Nova Scotia sind das war ich auch schon mal da hab ich ewig die 100 irgendwas gesucht die 107 oder sowas hab ich einfach nicht gesehen und dass es hier an der Ecke war oder wir sind halt bei Vancouver aber da die Ecke um Vancouver die kann man eigentlich ganz gut erkennen hier ist schon gar nicht schlecht so die Ecke nicht diese grüne die hier vielleicht eher wieder weniger ich glaub die war sehr bewaldet war hier so dieser Belt quasi nicht Tja okay wir brauchen einen Routennamen ich könnte natürlich jetzt auch Schienen entlang gehen könnten wir auch machen könnte alles sein das ist das ist am Ende ist man ganz woanders und dann denkt man sich so wie konnte ich so daneben liegen ich dachte da steht irgendwas drauf aber Annabelle stand auch eben da nochmal dran also wir sind auf jeden Fall in Annabelle eine Straßennummer oder so wäre halt echt cool jetzt sind wir wieder in der großen Straße nee Speedyglasses okay ihr dürft entscheiden Tiltzberg Miner Center Hausleak nee wollt ihr nach Westen oder wollt ihr nach Osten Osten scheint eine Autobahn Überführung zu sein aber wahrscheinlich irgendwo in der anderen Teil der Stadt zu enden und hier scheint es im Westen in die Stadt nochmal zu gehen 19 guckt mal man braucht einfach nur Augen hier ist die 17 10 11 war mal okay 19 muss ja dann in die Richtung liegen irgendwo wenn hier 17 ist und da hinten 11 10 okay die haben wieder keine Nummerierung nicht aber wir müssen irgendwo bei dem weißen sein 18 10 18 24 umgerade immer hoch runter nee auch nicht das Weg Weg gemischt schöne Scheiße 20 okay wenn da 18 ist da 20 muss hier doch irgendwo die 19 sein 17 18 20 man sieht immer alles außer das was man sucht zum Highway um eine Nummer zu bekommen könnten wir auch noch machen wenn wir jetzt die 19 nicht finden nicht dass es die 19 auf der Seite ist das das ist auch richtig mies hier ist nämlich auch eine 20 aber nee nee ist das Krönchen von Toronto eigentlich oder? dachte ich aber hier eine 19 hier ist auch eine 21 oh shit das ist nur so eine lokale Pissstraße hier ist die 19 hmm aber die ist zu kurz ist ja auch kein Annabelle hier okay aber die 19 gibt es hier 1000 mal nicht hier ist auch schon wieder 22 hier wird es auch wieder eine 19 geben das heißt wenn wir nicht durch Zufall die 19 mit Annabelle drin sehen dann können wir wieder irgendwo sein aber irgendwo wo es weiße Dinger gibt das heißt hier oder dort also in diesen in diesen beiden Landkreisen können wir eigentlich nur sein deswegen ist hier auch eine 17 und da hinten auch eine 17 das sind aber nicht die gleichen das sind so die Partements wie in Frankreich total nervig ja dann Highway hast du Annabelle gesehen süd-südöstlich ich hab's jetzt nicht gesehen stand da auch nochmal 19 zur 3 das ist doch gut wo ist die 3 die 3 in grün die haben hier gar keine Nummer was mit dem Kanada Blatt ist aber nicht die 3 gemeint oder ich glaub die 3 verwirrt eher noch mehr als dass sie hilft hier ist die 2 104 also die und ihr Straßensystem bringt mir so ziemlich 0,0 die Sachen die hier gerade dran stehen nicht Ontario da das ist ganz wichtig Ontario also das hier doch so aber wo ist die 3 ist das die 3 schreibt es doch an Google verrückt oder die 3 südlich von London ja aber das ist die weiße 3 nicht die grüne oder das ist ja nicht die 3 da müsste ja Annabelle hier liegen und das tut's nicht das Tilzenberg oder oder Annabelle ist ein Stadtteil von Tilzenberg wenn das ist dann leck mich wett sieht aber nicht so aus glaube ich auch zu klein um Stadtteile zu haben ich frage mich halt nur wo die grüne 3 sein soll es kann ja eigentlich nur die sein die keine Nummer hat hier ok zumindest wissen wir Ontario Annabelle Ontario ich meine so viele Straßen haben die hier nicht und das hier ist alles zu feucht oder also das kann es echt nicht sein eigentlich können wir wirklich nur da unten in der Ecke hier irgendwo rumdümpeln so bis hier hin das gehört noch dazu oder Stilgrüne 3 gemeint das könnte noch sein aber ist ja das gleiche Krönchen also dürfte das Ontario weiterhin sein du hast bei Tiltesburg was gesehen gerade hast du da Annabelle gesehen ich hab's nicht gesehen Gendale High School Annandale da doch ist ein Stadtteil ah sehr guter Blick so ne scheiße ok das erklärt aber so einiges und wir stehen auf den Schienen nicht Tilson Avenue hab ich auch gelesen schon irgendwo wir können ja direkt hier gucken Tilson Avenue jetzt ist die Frage gibt's noch ne andere Schiene auf der Tilson Avenue ja natürlich gibt es zwei Schienen auf der es gibt sonst eine Schiene im ganzen Land aber nein an unserer Stelle gibt es zwei und natürlich ist es die Pine und ich hätte mich fast für das falsche entschieden Bango Bongo 6 Meter und damit haben wir es geschafft ok und die also die grüne 3 kann also eine weiße 3 in Kanada sein das muss man also wissen wer denkt sich so eine Systeme aus die sind doch da crazy die eine Schiene schräg die andere gerade ja also von von der Teilausrichtung würde ich nicht mich darauf verlassen dass das hier nicht auch eine Krümmung sein könnte die nicht richtig abgebildet ist meistens passt es aber gut Schienen werden selten umgebaut nicht bei Straßen ist es wahrscheinlicher dass die vielleicht mal einen anderen Verlauf haben damit haben wir 30.000 Punkte fast ein Punkt fehlt aber einer ist keiner wie man so schön sagt wir waren in Kanada 10 Minuten wir waren in Dänemark 17 Minuten wir waren in Kenia 18 Minuten wir waren in der Schweiz 28 Minuten und in Kanada 17 Minuten ich würde sagen wir sehen uns zur nächsten Runde Geotest Dirk Dirk